herzlich willkommen zu einem neuen let's play hybrid animals ich darf mir zuerst ein kind kreieren da habe ich witzige möglichkeiten ich muss mir zuerst den vater aussuchen dann nehmen wir einen kräftigen t-rex und als mutter einen oktopus das gibt zusammen bin ich mal gespannt einen prehistoric squid alles klar der macht sehr viel schaden hat elf leben ich kann nicht genau sagen was das für daten sind und wir werden im modus zombie spielen das heißt eine ist am anfang infiziert und muss die übrigen infizieren ja das spiel befindet sich momentan noch in der early ss boah was ist denn mit dem los bin ich lahm komm nein 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 da hat er mich erwischt aber der ist auch übelst schnell jetzt bin ich auch ein zombie nein da kann man glaube ich sterben poist das ist aber noch witzig nein nein nicht runter das wasser ich dachte schon da könnte man runterfallen und ich glaube wir sind schon alle infiziert wo sieht man das wurde hat sich der hat perk geholt wo ist der riesig nein der hat mich gekillt nur indem er mich berührt hat es gibt jede menge verschiedene spiel modis team deathmatch das hier ist jetzt zombie und die anderen ich weiß auch gar nicht habe noch nicht alle ausprobiert das spiel ist um vorging das schnell gut in den nächsten runden ich hole mir jetzt glaube ich eine waffe ein laser schwert kann ich den killen nein den habe ich nicht erwischt ist aber noch ein witziger spiel modi was ist das die waffe wechseln eine shotgun wo ist der schnell nein nicht erwischt nicht scheiße habe nachladezeit nein vor die müssen mich nur einmal schlagen und das spiel ist schon wieder um wir sind halt nur viele spieler denn momentan gibt es noch nicht so viele spieler online nein nein hat er mich von hinten mit der motorsäge war das nochmals ausweichen nein jas nein und er hat mich von hinten erwischt war das wirklich ein witziges spiel auch die kreationen die man wie soll ich das sagen kreieren kann sind witzig vielleicht werde ich mal ein video machen wo ich solche kreationen vorstelle aber jetzt spielen wir einfach mal die modis ich bin da gehe da ins nichts so was soll ich da lang ist glaube ich der letzte wir müssen ihn einkesseln wo befindet er sich hier unten nein boah ist der flink hat auch richtig ein schnelles tier oder was auch immer das sein soll ist das eine spinnenkrabbe nein jetzt hätte ich ihn haben müssen komm bleib stehen boah der ist richtig schnell boah boah was bin ich jetzt da nach oben geglitscht nein wo ist der ich muss ihm den weg abschneiden ich sehe ihn nicht ah und ich verheddere mich da unten ich glaube ich wir spielen ein bisschen verstecken fangen wo ist der keine minimap nichts so wo ist der jetzt ich gehe mal von hinten ich sehe ihn nicht boah ist das schwierig ich meine immer da diese schriften seien so wie bei minecraft die name text die man durch die wände sieht vom spieler aber das dem scheint nicht so wo ist der hallo der hat sich ah hier komm aber man kann einfach nicht sprinten geht gar nichts ja sicher hä der hat einen Hack hä hab ich den nicht erwischt wir kommen doch mitten rein von hier was wie hat er das überlebt der andere hat doch ihn getroffen schon wieder wie macht er das was und er killt mich einfach wie macht er das ich glaube das ist der programmierer vom spiel der weiss alle tricks und alle bugs wie zum beispiel den da gerade bei der treppe wie man manchmal einfach hängen bleibt ja wie kann er denn ach oh nein was und es wurde schon wieder einer gekillt komm den haben wir jetzt nein ich dachte ich hätte ihn wo ist der ich muss aufpassen hier hinten nicht ich warte mal jetzt haben wir ihn hä was der ist doch mitten rein in mein scheiß Schwert gelaufen schon wieder boah ist der schnell ich geh oben lang vielleicht kann ich ihm den weg abschneiden ja ja ich hab ihn boah hat der viele kills gemacht wie lange haben wir noch zeit wo sieht man das ah scheisse ich hab vergessen scheisse ich hatte voll vergessen dass ich jetzt ein mensch bin boah und schon wieder ein zombie schade ich würde sagen in der nächsten folge werde ich ein team deathmatch spielen wie gesagt ist relativ schwierig weil nicht allzu viele leute online sind das spiel ist erst heute erschienen aber was sehe ich denn da für ein schatten hä wo ist der lang geflogen oder was eben das spiel ist erst heute erschienen und von dem her hat es noch nicht viele wo ist der jetzt hä ich werde mich bemühen einem team der ja klar jetzt wird er da zur richtigen kampfmaschine wir haben ihn oder ist die zeit um boah ich bin so schlecht so jetzt gebe ich mir mühe ich habe auch die langsamste figur von allen ich verstecke mich jetzt hier hinten ganz leise pass schon um die zeit ist um ach schade ach schade ja wie man auch immer gerade rausfliegt ja es müssen noch jede menge andere sachen da gefixt werden aber ich hoffe es hat euch gefallen und dann werden wir uns in der nächsten episode von hybrid animals sehen mit einem team deathmatch ich hoffe es hat euch gefallen und schreibt mal in die kommentare ob ihr das spiel auch so witzig findet wie ich und ja bis zum nächsten mal tschö what we do here is go back 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 ciao